Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Shuntier the Pirate's Curse Part 4, 4, 4, 4, 4, hm, nicht mehr 3, jetzt sind wir im vierten Part. Da komme ich jetzt aber wahrscheinlich auch noch nicht ran, ne? Das wäre voll cool, wenn ich da rankommen würde, aber, ne, wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich kann es mit meiner Pistole abschließen und das zählt dann auch. Ne, das zählt nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück. Dann haben wir jetzt, ähm, wobei, äh, von uns nicht, ähm, ja, mal genau, wir wollten ja dazu und zum Onkel gehen, dann wollen wir ja so nebenquestenmäßig mal bei uns am Onkel vorbeigucken, oder ich hab das halt gemeint, dann wollen wir da vielleicht diese Pistole verbessern können, weil ein Schaden ist zu wenig. Da guck mal, das geht nicht, die haben zehn Leben, hier brauche ich zwei Schläge und da brauche ich zehn. Also aufpasst, dass sie nicht sterben. Ja, die springen jetzt einfach drüber, ist mir egal. So. Jetzt sind wir doch schon wieder da. Heilen möchte ich mich auch erstmal. Dass sie das hier umbauen, das gefällt mir nicht. Und mit dir, du hast eigentlich nichts Neues, oder? Sky? So, ja, versuch dich von unten zu fernzuhalten. Ja, wir schauen wieder, wir schauen wieder auf, wir haben uns nicht vom Unfug fernzuhalten, das haben wir nicht gemacht. So, hier kann man sich heilen. So. Und fortleben. Dann unser Onkel, der ist aber da vorne. Der ist hier. Na, ist was für mich? Oh nein! Was ist denn los, Onkel? Meine Werkstatt wurde geplündert. Wer tut denn so etwas? Verdammt, das war so mein Experiment. Ja. Okay, das wird mir absolut gar nichts. Ja, gut. 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 Ihre Brüste. Egal. Bewegen sich. So. Ein sinnig, oder? Ein bisschen. So, wir haben... Ne, das wird jetzt wenigstens anderes Gescheits. Ich hätte gerne diesen harten Tritt. Rückwärtsflitzer. Ein sehr schneller Angreifer. Pistol ab. Erweiter deine Pistole, mehr Schaden. Dankeschön. Kann ich mir nicht leisten. Kann ich irgendwas verkaufen? Jetzt lässt du es hier mal zwei Schaden machen. Das ist schon einiges. Das ist doppelt so gut. Das ist doppelt so gut. Das ist schon einiges besser. So, was mit dir? So, Mist, aber überall. Aber es scheint sich nur jetzt und sofort. Okay. Nö, dann, ähm... Mit diesen Umständen können wir jetzt wieder... Können wir dahin gehen, wo wir hin sollen. Spinnennetzinsel. Das macht schon mal einen guten Eindruck. Gefällt mir. Geister. So geisterlich mag das. Das ist die Spinnennetzinsel. Ich möchte, dass du die nächste Stelle des Bösen findest und mit deinem Bericht ist. Risky, ich hab mich gefragt. Hoppala. Aber er weiß auch so viel über den Pirate Master. Er war mein Mentor. Ich bin für einige Zeit unter seinem Kommando als erster Mat gesegelt. Er hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Du warst Mitglied seiner Piratenbande? Das stimmt. Als die Genies ihn schließlich besiegt hatten, beanspruchte ich seine Männer und Waffen als die meinen. Du hast deine Sachen nach seinem Tod gestohlen? Dann ist einfach eine längst überfällige Bezahlung von meinen Diensten. Diese Feuersteinpistole gehörte mal ihm. Dann solltest du sie kurz zurückgeben. Behalte sie. Du wirst sie brauchen, wenn du an deinem Ort überleben möchtest. Kommst du nicht mit? Vertraue mir, du willst dich, dass ich mitkomme. Am besten bleibe ich beim Chef. Okidoki. Ich will wirklich nicht, dass sie mitkommen. Ich will allein machen. Ready to go. Spinnen der Zinsel. Zombies. Geil. Oh mein Gott, das ist voll cool. Das ist voll cool. Ich kann den Kopfhörer machen. Ah, da kommen immer mehr. Ich muss den Kopfhörer aufmachen, sonst stellen die wieder auf. Die stellen sie mich so... Was ist denn das? Ich kann... Ich komme irgendwie gar nicht an. Da kommen immer wieder neu aus dem Boden. Ja. Wie komme ich denn da runter? Ich habe doch Angst. Was ist denn das? Ok, ich komme überhaupt nicht klar gerade. Da könnte man irgendwie runtergehen, das muss ich mal merken. Oh, ein Buhu. Lass mich ein bisschen holen. Jetzt hatte ich wieder genug Geld, um die Pistole nochmal zu verbessern. Ärgerlich. Guck mal, Schwanz. Warum auch immer ich das mit dem Geist bekomme? Ok, dann habe ich diesen Rubin eben nicht. Hier oben können wir definitiv lang. Das ist irgendwie so ein Krabbelvieh. Mit dem ich nichts anhaben kann. Das ist jetzt so ein bisschen unfassbar. Wie komme ich denn da runter? Ich kann denen keinen Schaden machen. Interessanter Ort. Aber die machen jetzt zwei Schaden. Das ist auch gar nicht mehr so einfach. Jetzt geht es langsam rund. Alter, ich mag euch nicht. Macht mir zu viel Schaden. Ich hoffe mal, da komme ich von der anderen Seite hin. Mist viel. Wie komme ich denn da hin zum Teufel? Speichern. Bisher bin ich hier. Ich mag den Ort, aber es ist ganz schön schwierig. Nicht mehr so einfach wie vorher. Alter, die Spinne. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Äh, was? Rotti? Rotti-Tops? Verschwinde von hier, du Monster. Das war knapp. Du wärst bei einer von... Zumal dieser dieses Viech geworden. Was machst du denn hier? Ich lebe hier. Ich hab gehört... Alles, ne? Ich mach das Spiel. Ich mach das Spiel. Ich hab gehört, dass diese Insel eine Monster-Netzabdeckung hat. Daher... Hör auf mit deinen Netzwitzen. Sorry. Und hilfst du mir runter oder nicht? Keine Chance. Soweit ich weiß, es ist nur wieder ein Trick, damit du mein Gehirn verspeisen kannst. Ich sollte dich dort... Ich sollte dich dort verrotten lassen. Aber ich verrotte doch schon. Oh. Na gut. Und was hast du da, Verteidigung zu sagen? Ich glaube, das Schuld ist meine Entschuldigung vor all den Ärger, die du gemacht hast. Ich? Es tut mir leid, aber... Oh, meine Beine. Sie werden taub. Oh nein, diese Spinne hat dich gebissen, oder? Vergiss es, ich bin ein böses Mädchen. Lass mich einfach hier. Niemals. Ich kann dich doch nicht einfach im Wald zurücklassen. Das wäre zu fies. Mein Haus. Du musst nur durch den Wald. Wenn du mich zu meinem Bruder bringst, wir bringen kannst rechtzeitig. Haltet euch, Wollipops. Ich rette dich. Okay. Das sieht... Lauf, Lauf. Okay. Ja, gut. Das sieht irgendwie falsch aus, dass ich die trage. Ich habe die Hand genau gezählt, ich bin aber nicht geschwungen. Das ist aber auch cool. Aufpassen auf dem Boden, man zieht die Hande nämlich. Okay. Ja. Ja. Ey, diese Viecher, die machen mich gerade ein bisschen fertig. Ich finde sie super. Okay. Aber schade die ist auch ganz schön stark, wenn sie sie hochheben kann und ganz ertragen kann. Mach halt deine scheiß Zunge, so. Ja, du deckst da auch ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen fies. Oh, bitte lass uns jetzt bald mal da sein. Das ist doch knapp. Ja, was will ich denn machen? Ein Glück starte ich hier. Pflicht dankbar für. Hier warte ich. Ist das denn das für ein Ort, bitteschön. Wahnsinn. Ja, cool. Möchtet ihr bitte weg? Möchtet ihr bitte weg? Okay. Nein! Ihr Misstviecher! Boah, jetzt bin ich pissig. Sehr dreckig in Hände. Das ist gerade auch ganz schön knapp. Ich war eigentlich praktisch nicht drin gestanden. Oh Mann! Dass es aber da mit einem One-Hit-Tot ist, ne? Das ist doch scheiße. Das ist nervig. Och, man muss also... Alter, ich kotze. Diese Stelle. Ist scheiße. Mag die nicht. Aber ich find's trotzdem irgendwie doch ein bisschen cool gemacht. So. Hier habe ich die Stelle, wo ich gestorben bin. Bitte, lasst uns jetzt da sein. Dreckig in Hand. Aber es geht wenigstens wieder nach rechts. Das ist ein gutes Zeichen. Grabsteine. Sehr. 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 Das ist eine Katze oder irgendwie sowas drin oder was weiß ich. Das ist bestimmt auch keine Katze. Sieht aus wie... Aber ich bin nicht... Ja. Wenn ich dies... Mh, mh. Ich weiß nicht, weil ich bei diesen... Bei diesen Stacheldingern, da hätte ich es ja noch verstanden. Aber hier... Ist es eigentlich möglich, da drauf zu springen, dann bin ich ja auch tot. Mit welcher Begründung? Okay. Diese Stelle... Das ist doof. Was will ich denn machen, wenn das... Ich roste, ich roste noch aus. Okay, jetzt, 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 jetzt strengen wir uns an, okay? Jetzt, äh... Jetzt will ich das sogar auch schaffen. Nichts wie eben, da wollte ich das nicht mehr schaffen. So. Könnt mich mal... Das sind irgendwelche Spinnenviecher. Ja. 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 Das Design-Degegnis ist aber auch cool. Welche Astronautenviecher, die einen küssen wollen, ey. So, den muss ich verarschen. Scheiße. Glück gehabt. Schaffen wir aber. Kein Problem. Das sieht gut aus aus dieser dreckigen Höhle draußen. Nein! Aber natürlich wieder ganz unten. So ein Bullshit. So ein Scheißdreck. Ja, das ist jetzt aber auch nicht wert. Das ist zu wenig, um es zu schneiden. Deswegen, nee. Lassen wir mal. Oh Mann, ey. Ah, das ist... Ja. So scheiße ist die Stelle vielleicht gar nicht, aber es ist nervig. Die ist nerviger mit dem One-Hit. Aber anders wird es auch nicht funktionieren, eigentlich. Und diese Gegner sind super. So, nervige Stelle. Ich bin wieder da. So, hier war ich... Bei der letzten möglichen Stelle bin ich natürlich gestorben. Du bist eine Katze. Und... Also beides Katzen. Spinnen. Ist dann nicht mal vorbei. Oh. Jetzt geht's wieder runter in der Höhle, oder wie? Ja, ist klar. Wie lange ist das denn noch? Was ist das? Was ist das für ein... Ich trau mich bei dem nicht. Boah. Wahnsinn. Alter. Das ist der Wahnsinn. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will hier... Ein falscher Schritt, ne? Das tut weh. Okay, jetzt chill und warte, Maxi. Chill und warte. Ja. Man muss aber hier oben lang. Jetzt unten macht man halt die Hand. Nein! Wieso hast du dich nicht... Oh, man muss die... Oh, das... Jetzt, ne? Jetzt ist aber... Das ist jetzt scheiße. Weil das ist so schwierig. Jetzt musst du halt... Oh. Man die ganze Zeit alles... Ja. Aber das mal bei diesen... Dingern da... Sofort... Worn der Tod ist bei den Grabsteinen. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. So. Oh, jetzt habe ich die Hand nicht gesehen. Ich kotze! Weil die die gleiche Farbe hatte wie der Hintergrund. Oh, Mann. Ich bin hier weg. Aber ja auch, das... 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 Das Feeling geht ein bisschen kaputt, weil... Das geht ja schon so lange. Und... Ja. Jetzt wird eigentlich nur noch das Lächerliche gezogen. Mittlerweile. Okay, jetzt... Jetzt schaffen wir das. Weil jetzt möchte ich... Jetzt möchte ich es sogar schaffen. Lecker, ne? So, wo war ich denn jetzt gestorben? War ich schon hier gestorben? Nee, war ich da unten, oder? Hier. Hier bin ich nämlich eng geblieben. Ich schneide jetzt. Ich schneide jetzt, bis wir... Bis wir wieder da sind. Achso, ich habe jetzt... Ich habe jetzt gar nichts gesagt, aber... Ja, wir haben es geschafft. Ich... Ich habe das dann schon wieder reingestellt, als wir sehen. Aber ich habe... Ich habe vergessen, was zu sagen. Oh, mein Gott. Du meinst, es geht weiter? Wenn das so zu Feiler geht, ne? Lass dich bitte einfach da sein. Dein Ernst? Rungleick, Rungleick! Was? Was geht denn wirklich noch weiter? Was ist das? Oh, mein Gott, dein Haus. Oh, mein Gott. Wir haben es geschafft. Nimm sie. Gerade rechtzeitig. Mein Held. Wie ist denn der aus? Jo, Schwester, was ist mit der... ...geschälten Krabbe? Wenn du nicht zum Abend bist und hier bist, solltest du dich umdrehen... ...und abdüsen. Abner? Abner, du... ...du bist mir ein großer Bruder. Siehst du nicht, dass sie verletzt ist? Sieht normal für mich aus. Hahaha, bitte? Was für eine Fahrt. Rottie, Tops. Du verfluchte, betrügerische. Hey. Ja. Schandte, nicht wahr? Ich wollte etwas sagen. Ich bin nicht wirklich gut darin, mir Freunde zu machen. Aber du warst gut zu mir und Poe und meiner Schwester hier. Es ist nur, dass das Piratenmittel dir wahrscheinlich besser weiterhelfen kann. Also, ich möchte dir eigentlich nur für deine... ...für die schlechten Entscheidungen in der Vergangenheit entschuldigen. ...und für seine schlechten Entscheidungen. Mit dieser Risky-Boot zusammenzuarbeiten, dümmste Sache, die je gemacht habe. Oh, das ist schon okay. Poe und die kleine Erotter hier sind alles, was mir von meinem Leben geblieben ist. Ich kann mich an nicht viel anderes erinnern, aber du bringst sie immer zum Lachen und dafür muss man dankbar sein. Wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vergiss es, wir sind quit. Wo zur Hölle ist Poe? Sie ist schon eine ganze Weile unterwegs. Er sollte meinen Wagen reparieren, damit wir nicht durch den gruseligen Wald latschen müssen. Gut, wenn einer von euch beiden den zieht, sagt ihm, dass er sich melden soll oder ich werde sauer. Yay! Ah, no, das Zintenversteckung haben jetzt eins. Das sieht man auf dem Gamebit. Das ist mir gerade aufgefallen, da habe ich mich mal darüber geguckt. Es ist doch ziemlich praktisch, dass man da das Inventar hat. Weil ich kann das... Ich muss halt dann nicht hier so drücken. Ich kann das einfach alles, genau wie die Karte. Ja, ich kann... Das ist echt so praktisch. Ich kann... Das ist halt... Ah, die Pibu ist halt einfach geil. Was willst du machen? So. Jetzt ist halt das Ding... Wo muss ich hin? So, wo muss ich hin? Ein bisschen mache ich noch. Bevor ich den Part beendet. Weil der letzte Part war schon ein bisschen lang. 35 Minuten ungefähr. Und das brauchen wir nicht unbedingt immer. Da kann man irgendwie hoch. Weiß nicht, wie ich da hinkomme. Wenn schaffe ich es, will ich so springen? Na. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass man das schafft. So. Was ist eigentlich hiermit? Ja, Hungryk, lass mich doch rein. Erst mal den hier umbringen. Boah, Gellk. Mist, Vieh. Jetzt bewegen sie unsere Brüste auch. Guck, Klammer, G. Hier kommen wir also auch nicht weiter. Wo ist denn diese Podern? Keine Chance, dass ich dort noch einmal hin... Das ist eigentlich auch mein Gedanke. Ich will da auch nicht mehr unbedingt hin. Das heißt aber, dass man doch irgendwie diesen Sprung schaffen da muss. Boah, spring halt an, Shantin. Fall nicht runter. Ja. Achso. Na gut. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass da was ist, aber... Oh. Dein Bruder hat mich geschickt, um nach dir zu sehen. Hey, du bist diese Koffelfee. Ich erinnere mich an dich. Genie. Halb Genie. Also ehemals Halb Genie. Danke, was auch immer du bist. Ich habe mal... Ich habe noch Markteilen gesucht. Ich bin hier stehen geblieben. Du willst gerne den Leuten in Not, oder? Wie wär's, wenn du mal einen Blick drauf wirst? Ich bin kein Mechaniker, aber warum nicht? Folge mir, der Wagen ist in dieser Richtung. Das ist alles, was von uns im Wagen übrig ist. Die Räder kann ich reparieren, kein Problem. Aber die Achse wird ohne Tintenfischöl nicht mehr funktionieren. Auf dieser Insel scheint es keine Tintenfische zu geben. Ein Glück habe ich das geholt. Alter, würde ich mich jetzt aufregen, weil ich da wieder zurückgehen muss. Aber... Ich will speichern, eigentlich. Eigentlich will ich speichern. Wie hat er mich denn jetzt hierher gebracht? Ich habe Tintenfischöl hier hinten. Dann nimmst du erst mal. Exzellent. Hey, du bist erstaunlich, Po. Danke, meine Dame. Was meinst du, sollen wir eine Testfahrt machen? Ich meine nur, es könnte etwas gefährlich werden. Bist du sicher, dass Roti das nichts ausmacht? Kein Problem, halt dich gut fest. Okay. Wow, er fährt sich wunderbar. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Du hast das, äh... Schrumpelige Ding erhalten. Es stinkt. Das wird es bestimmt dieser Ding zum Essen geben. Wie süßig werde ich das immer näher erhalten. Aber, was genau ist das? Du magst es nicht? Nein, nein, das ist großartig. Ist von einem toten Kerl. Äh. Ich würde hier sein, falls irgendwas... Also irgendwie ein Fahrerbox oder so bis dann. Okay, dann gehen wir nochmal hoch und speichern. Und dann war es das für diesen Part, Shanty. Haben wir auch wieder... Ja, wir haben auf jeden Fall was geschafft. Das ist die Hauptsache. Das werde ich dann hier reintun müssen, ne? Das ist das Teil, was ich gerade gefunden habe. Aber ich will mich dann erst nochmal umschauen. Da unten weiter, im nächsten Part. Aber ja, das war's. Ich bleib mich über das Zusehen und hoffe, ich schalte mein nächstes Mal wieder ein, wenn es bei Shanty weitergeht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.